Ich bin Melanie und mache meine Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau EFZ bei Transgurme Protega. Hier lehre ich alles zu unserem Sortiment. Ich arbeite selbstständig wie auch im Team. Das gefällt mir. Ich werde mit jedem Arbeitsstück vertraut gemacht und ich weiss, was es alles braucht, bis die angelieferte Ware im Verkaufsregal ist. Ich komme regelmässig in andere Abteilungen. Das bringt sehr viel Abwechslung. Unsere Kunden stammen aus der Gastronomie. Ich finde es toll, dass ich es auch beraten kann. Die Ausbildung ist total riesig und ich habe mit klassischen Menschen zu tun. Du hast dich angesprochen. Der bewegt dich jetzt.